Grüezi miteinander. Wenn Sie in diesen Tagen gezügelt haben oder noch gezügeln werden, oder wenn Sie einfach sonst wieder mal einen Tapetenwechsel brauchen, dann raten wir Ihnen zu einem Besuch im GoBtweetYourself. Dort finden Sie nämlich alles, was es braucht, zum Renovieren und zum Verschönern Ihrer Wohnung. Zum Malen und Streichen steht Ihnen ein vielfältiges Malan-Farbsortiment zur Verfügung. Diese Anlage mischt Ihnen sofort jeden gewünschten Farbton. Sei es eine Dispersionsfarbe für eine Raufasertapete, ein Lack für Türen, Fenster oder Heizkörper oder Lasurfarbe für Holz und Tefer. Auch einen Malan-Rollputz oder Rinnenputz können Sie selbst auftragen, ohne dass Sie ein geübter Handwerker sein müssen. Das Material aus dem GoBtweetYourself ist nämlich fixfertig in diesen Kesseln bereit und man kann ganz einfach mit der Rolle oder wie hier mit der Traufel längs oder querweg aufziehen. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Renovieren und nachher viel Vergnügen in der neuen Wohnung. Für die Haarpflege sind immer mehr die milden Produkte gefragt. Man tut die Haare öfters, dafür dann aber mit einem milden Shampoo, wie zum Beispiel mit Naturell waschen. Für die milde Pflege nach dem Haarwaschen gibt es Naturell-Mildspülung. Die Naturell-Mildspülung mit wertvollen Kräuterextrakten pfleckt sanft. Sie gibt dem Haar Fönschutz und macht es weich und leicht kemmbar. Als passionierten Hobbygärtner kennen Sie bestimmte bewährte Qualitätssämereien von GoB. Über 160 verschiedene GoB-Samensorten gibt es. Für zartes Gemüse aus dem eigenen Garten, für aromatische Kräuter ab dem Fenstersims oder für eine bunte Blumenpracht auf dem Balkon. Wie es sich für ein richtiges GoB-Produkt gehört, steht auf diesen Samenbriefen alles, was man für ein erfolgreiches Gärtner wissen muss. Um ein Produkt aus dem Garten geht es auch im GoB-Rezept dieser Woche. Wir schalten um in die Studienküche. Guten Abend miteinander. Die Gurken sind ein ideales Beilaggemäße. Es gibt nicht viel zu tun und ist so schnell bereit. Für vier Personen eine grosse, feste Gurke schellen, abeinander schneiden und der Länge nach halbieren. Das Kerngehäuse rausschneiden. Und dann im Salzwasser mit wenig Essung 10 Minuten blanchieren. Während dieser Zeit in einem Pfennchen Ankel verlaufen, geschnittenen Peterli und Schnittlauch einrühren, salzen und pfeffern und mit ein wenig Zitronensaft abschmecken. Die Gurke mit dieser Ankensauce nappieren und zu pochiertem Fisch oder Kaltfleisch servieren. Das Rezept, das wissen Sie auch, steht in der GoB-Zeitung. Einen guten. So, das wäre es wieder einmal gewesen. Wir danken, dass Sie für uns Zeit hatten und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Anschliessend kommen noch die Sonderangebote, die Sie von morgen an bei GoB kaufen können. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. Bei GoB gibt es Textar Kinderjeans 100% Baumwulle in verschiedenen Farben und Grössen für 15 bis 19 Franken. Und in den GoB Warenhäusern kommen Sie verschiedene Tennis-Sportartikel über, wie Rossignol Racket, Adidas Schuhe oder Treton Belle, besonders günstig. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GoB zwei Becher Minarine Bonjour Fit statt 3 Franken für nur 2,40. Ein Liter grob Äpfelsaft, hell, statt 1,35 nur 1,10. Vier Dosen Katzenarik, statt 3,40 jetzt nur 2,80. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, Äpfel Golden Delicious, eine Tragtasche an 2,5 Kilo, jetzt nur 5 Franken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.